Eine Glaskugel. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Eine verdammte Glaskugel. Oh mein Gott, wenn sie kaputt geht. Oh, ich glaube das ist der Schlüssel. Boom! Yes! Party time! Mitz, 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 mitz. Disco, Disco. Willkommen, Wächter. Bist du ein Geist? Betrachte mich als einen solchen. Wo bin ich? Du bist, wo du vorher warst. Wenn du fragen willst, was du im Moment siehst, wir nennen es den Knoten. Von hier werden Wahrscheinlichkeiten berechnet, auf dass der richtige Pfad gelegt wird. Welcher Pfad? Der Dein. Oh, da ist ja immer ein ganzes Schritt vorangekommen jetzt. Hallo mein Freund. Wir sind ein Vogel. Folge mir. Kollisionen in der Luft vermeiden, das kriege ich hin, aber... Wie denn? Ah. Huch. Ui, 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 ui. Nach oben, nach oben, nach oben. Was hast du mit mir gemacht? Eine Form gewählt, die deiner Kultur entspricht. Sie erleichtert uns die Navigation. Finde ich nicht leichter. Ah. Was ist los? Ah, ich stürze ab. Verdammt. Wir haben Jahrtausende auf deine Ankunft gewartet. Huch. Du, wie du ihm das letzte Stück bringst, auf das er die Tür öffnet. Das verstehe ich nicht. Das ist schwer. Brauchst du mich? Meine Worte verursachen Schmerz. So, aber sofort. Doch das war nicht meine Absicht. Du bist wichtig, Kind. Viel wichtiger als du je wissen willst. Ja. Im Geheimen bereiten sich Mächte darauf vor, das Land unter ihre Kontrolle zu bringen. Wenn das geschieht, wird das Heiligtum verletzt. Ui, 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 ui. Ui, verdammt. Ui, nein. Aaaaah. Scheiße. Zuhören. Und dann noch da reden. Und dann noch hier fliegen. Aber ist schon extrem geil jetzt gerade gemacht. Okay. Du bist aus einem besonderen Stammraum. Früher. Heute. In Zukunft. Viele sind mit dir verbunden. Viele, die die Welt veränderten. Die sie verändern werden. Und das sollst auch du. Ich rief dich, damit du von deiner Pflicht erfährst. Du musst das Heiligtum vor denen schützen, die unser Werk vernichten wollen. Welches Heiligtum? Welches Werk? Ich kann es nicht steuern. Boah. Alter. Geht der Vogel ab. Bleibst du auf deinem Weg, kommt es zu einem schlechten Ausgang. Okay. Dann muss ich... Vorzeitiger Zugriff wird die Region destabilisieren. Und dein Dorf und seine Bewohner werden zerstört. Oh je. Okay. Da muss ich jetzt durchfliegen. Oh oh. Wo bin ich? Oh oh. Was soll ich also tun? Äh. Was erfährst du von einem Mann, der dich weiter auswählen wird? Suche dieses Symbol. Welches? Ach, das ist... Zweifel löstest du viele Fragen. Die Zeit beantwortet sie. Zunächst musst du folgen. Führen ist so schnell. Du fliegst mit mir entlang. Yes. Aber wir haben nicht hier... Wir sind voll kollidiert hier. Ja, kann ich nichts machen. Sorry. So. Aber extrem geil gemacht, muss ich sagen. Und wir sind der Desmond. Desmond, 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 Desmond. Ein weißer Raum. Jeder kann es sehen. Oh. Hallo, Indianerbengel. Ein herrlicher Morgen. Wie sah das nochmal aus? Ich glaube so, ja. So ein bisschen, ja. 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 Wie. Wenn Sie sie nicht machen, keine Ahnung haben. Wenn Sie nicht nur überlegen, kommen Sie zu ... ... ... ... ... ... ... Ich meine, wir müssen uns hierheren und es nicht aufnehmen. Wir müssen euch hierheren, und wir müssen uns nicht mehr so erheben. Wir müssen uns hierheren, um hierher zu verhindern. Natürlich haben wir hierher. Wir müssen uns hierheren und wir müssen uns hierheren. Wir müssen uns hierheren, wenn wir uns hierheren und uns hierheren, Oh, das ist schon heute. Ich bin jetzt noch ein paar Mal. Ich bin hierher. Yuhu! Parditan, ich bin hierher. Ich bin jetzt hierher, ich bin jetzt hierhergebracht. Ich bin hierhergeist. Das ist gut. Ich habe hierhergeist. Ich bin hierhergeist. Ich bin hierhergeist. Ich bin hierhergeist. Ich weiß nicht, dass ich es nicht mehr so verabschieden kann, dass es nicht mehr so verabschieden ist. Ja, man. So kann ich... Was? So, eine schöne Landschaft haben wir hier. Erinnerung, Synchronisation, Sequenz 4. Daten werden geladen. Bäume werden aufgelöst. Und wir sind wieder in diesem weißen Raum. Es ist so hell hier drin. Weil ich etwas erreicht habe. Doch was immer ich von zu Hause fortgetrieben hatte, verblasste. Machte Platz für Fragen. Und eine Menge Zweifel. War ich zu voreilig? War das alles ein Fehler? Die anderen Dorfbewohner, sie dachten, ich wollte das alles. Ich hätte es selbst gewählt. Doch ich selbst hatte nie so gedacht. Nein, es war nicht mein Wursch. Es war vielmehr meine Pflicht. Denn wenn nicht ich, wer dann? Wer nicht ich? Wer dann? Wer nicht wir? Äh, nee, irgendwie so war das Lied. Keine Ahnung. So, wir sollen jetzt hier auf jeden Fall auch noch ein paar Kisten plüntern. Spring da runter. So, oh, was ist das denn? Wah, Hilfe, eh, 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 eh. Ach, Leertaste, 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 ah, 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 weißt du, eh, nein, ach, verdammt. Wo soll ich denn? Da, eh, eh, Leertaste. Ja. Du blöder Puma. Lass mich in Ruhe. Na du, dann esse ich dich auf. So. Was kann ich eigentlich mit den ganzen Sachen machen? Kann ich die irgendwie verkaufen oder so? So. Oh, da, 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 da ist was, da ist irgendwas da unten. Irgendwo ist da was. Da unten, wie komme ich da hin? Naja, so nicht. Äh, so schon mal nicht. Oh, das ist extrem blöd. Springe ich da einfach runter? Naja, egal. So. Oh. Was denn? Suchst du eine wahre Herausforderung? Ja. Dann geh doch mal runter zum Ladehaus, mein Freund. So, du bist du fast da. Da drüben. Da gibt's echte Kämpfe. Was ist denn jetzt los? Ich wollte eigentlich jetzt... Wo bin ich jetzt hier? Bin ich nicht mehr da, wo ich eben war? Nee, hä? 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 Ich bin verwirrt. Da war ein Schatz und jetzt kann ich die nicht mehr... Wo war'n das jetzt? Verdammt. Ach, scheiße. Ihr verwirrt mich total. Mist. Nein, 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 nicht schon wieder. Ah. Das kann er. Na, super. Jetzt können wir den Schatz nicht mehr behergen, oder was? Ärgerlich, ärgerlich. Ja, jetzt kannst du nicht so feiern, wenn du ins Wasser springst. So. Fünf Gegner bei einer einzigen, äh, was? 25 Gegner mit versteckter Klingel eliminieren. Was? Warte mal, dann, äh. Ja, keine Ahnung. So. Dann laufen wir einfach mal da lang. Da kommen wieder so viele Sachen, ne? Wenn ich jetzt hier wieder auf Escape drücke, dann gehe ich wieder zurück. Dann kommt nix. Gut. So. Das ist blöd. Ich hab's immer noch nicht raus, wie ich ab und zu mal die Ziele hier, ähm, betrachten kann, ne? Da oben links. Die würde ich jetzt gerne einfach nochmal aufrufen, aber keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Ah. Waa. Nein, springt bloß nicht da runter. So. La la la, wir laufen durch den Wald, wir laufen durch den Wald, wir laufen durch den Wald. Chala la 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 la. Bist du ein Gegner? Oh, verdammt. Ich hab' gar verkannt, der kann in nem Baum springen. War das versteckte Klingel? Na ja, äh, plündern wir mal. So. Und jetzt würde ich gern sehen, Moment, äh, wie kann ich das einsehen, verdammt. So auch nicht, so auch nicht, so auch nicht. Ach, das ist doch die Kacke, ich würd's jetzt gern unbedingt sehen. Egal, wir laufen jetzt einfach zum Ausrufezeichen, äh, ja, und dann lassen wir uns jetzt nicht beirren. Wisst. Wie komm' ich jetzt wieder da hoch? Da so, hier so vielleicht? Nein, auch nicht. Äh. Baa. Wo bin ich hier nur gelandet? Da war doch eben noch, ja, da ist er. So. Da unten stehen die, aha. Kannst du jetzt von hier ins Wasser springen? Ja, kann er. Und wenn das Wasser jetzt nur einen Meter tief wär? Was hättest du da gemacht, mein Junge, hä? So. Äh, jetzt hier mal an der Hof, bitte. Äh, kannst du da nicht raus, oder was? Äh, komm. Du wirst doch da, ob ich jetzt an der Klippe hochziehen können. Ja, also. Oh, oh. Machen wir den Blatt hier. Was? Ach, der lebt noch. Ich würde statt dieser Axt gerne nur die Klinge benutzen. Wie geht das? Wie mach' ich das? Moment, auf R. Und jetzt haben wir doch, äh, nee. Hä? Wie kann ich denn nur die Klinge auswählen? Waffen. Tomahawk? Hm. Der hat doch auch ein Messer, weil mit dem Messer könnte ich nämlich die versteckten Angriffe machen. Das war schon so. So. Äh, ich glaub' wir müssen aber da drüben lang, oder? Oder wat? Hm. Jo, da liegt ja auch noch was.